Nun kommt noch eine Folge von der Monster-Trilogie, bin echt gespannt, was mit der Oma Getty passiert. Wird das wieder so abgefahren, die Hügelwarte, oder was? Hör mal, Männeken, lass bloß nicht wieder einfahren. Wie heißt das denn heute, du? Dieser Teil ist heute Apres-Ski. Apres-Ski? Jo, Apres-Ski. Apres-Ski finde ich ganz schön klasse, Hügelgard, oder nicht? Jo. Oh nein, nicht schon wieder. Jo. Ich habe einen Einwögel. Und wie jetzt wird er das an almohinaley! Ich habe einen Einwögel im Wegladen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.